Ein letztes Mal in der Saison 2018-19 heißt es, Augen auf unsere sechs Profis und Amateure. Im Wonne-Monat Mai ließen es diese Kandidaten noch einmal richtig krachen. Wählt jetzt euren Favoriten für das Tor des Monats. Aus dem Stand rein ins Tor. Linus Arneson fasst sich ein Herz und wirft den Ball aus zehn Metern Entfernung mit voller Wucht ins lange obere Eck. Spektakuläre Vorarbeit und ein perfekter Camper von Jonas Schoch. So hebelt man den gegnerischen Innenblock aus. Unser Tor 2. Was für eine Flugshow in der B-Jugend. Julia Niewiadomska verwandelt per Camper aus vollem Lauf. Bei diesem Hammer bleibt die gegnerische Torhüterin chancenlos. Camper Klappe die Dritte. Emil Frendt-Öfors nimmt unter der Bedrängnis von zwei Gegenspielern Maß und versenkt dann sicher. Tor Nummer 4. Und auch Christian Ruswinkel lässt alle Abwehrspieler alt aussehen. Unbemerkt stiehlt er sich an den Kreis und verwandelt das Anspiel per Camper-Trick hinter dem Rücken im Gehäuse. Michael Allendorf lässt seine MT Melsungen jubeln. Mit diesem Camper von links außen durch die Arme von Keeper Nikolas Katsigiannis wirft er sein Team zum Sieg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017